German for Kids Lasst uns Formen lernen! Was ist das? Das Rechteck Das Rechteck Was ist das? Der Kreis Was ist das? Das Herz Was ist das? Das Sechseck Das Sechseck Was ist das? Das Dreieck Das Dreieck Was ist das? Das Fünfeck Das Fünfeck Was ist das? Was ist das? Das Quadrat Das Quadrat Das Quadrat Was ist das? Was ist das? Der Stern